Meine sehr verehrten Damen und Herren, sicherlich kam es Ihnen schon oft zuvor, als wenn der Urlaub an Ihnen wie im Flug vorbeiratscht. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Mach mal locker, mach mal locker, denn es kommt immer anders als man denkt. Die Tine kommt sich hier eher vor wie eine Doppel-Null-Agentin, weil sie mit euch zwei Nullen ja auf dieser Insel fest sitzt. Mit zwei Nullen. Jetzt tauschen wir die Karrieren und lassen die Frauen ran. Das ist ja auch mal ganz schön, wenn sich der Mann hochschlafen kann. Apascha rollt Rappkuh. Gehst du an Kreuzfahrt, verdienst du Geld, singst du, Leute können nicht weglaufen, mal Wasser bieten. Hey, 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 hey. Wir mögen uns auf dieser Insel wie Aussteiger fühlen, aber es ist ein Ausstieg mit Augenmaß. Ich bin Faced, du Alfa. Das gefällt mir. Yo, schwimm du noch nach Hause. Schwimm du noch nach Hause. Nee, schwimm du noch, ist der gleiche Weg. Ach, du bist blöd. Nee, du bist doppelt dumm. Nee, immer einmal mehr blöd. Nee, einmal mehr blöd. Du, 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 du. Nee, du bist schwimm. Du bist ein Pausenklau. Ja, du bist ein Poolnode. Nee, du bist Penner. Du bist ein Schlamper. Äh, 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 äh. Mir geht's am besten, wenn's dem Land am schlechtesten geht. Ich bin ein Wutbürger ins Servatulet. Ja, ich singe oft drei Stimmen. Besonders, wenn ich Zwiebelfleisch gegessen habe. Integraffion, Integraffion, du kannst ein Gehirn sein, ob vom Berg oder vom Reich. Integraffion, Integraffion, alle sind verschieden, darin sind wir alle gleich. Leileleilei, leileleilei, leileleileilei. Siesta!